So, der nicht. Sie ja. Die waren doch irgendwo. Wo waren denn die jetzt? Da hinten nicht. Hä, bin ich jetzt? Oder waren das auch nur solche einmaligen Gegner? Ich dachte eigentlich, die... Sie waren doch hier oben, oder nicht? Hm, hm, hm. Nee. Okay. Nur mal hier mit Konzentration. Also, ich bin hier runter. So, mir mögliche Anliegenzieher habe ich ja nicht, ne? Gut, da, hier. Oder waren die doch hier drin? Das kann doch schierig sein. Weil hier war der eine und dieses Speedtyp. Genau diese. Na. Hm. Hm. So, genau. Da hinten ist der mit dem Zweihand. Ach, den mache ich jetzt auch lieber so. Geht schneller. Mit Backstab. Tach. Hm, kein Loot. So, dann war hier noch einer. Ach, genau, den hier noch. Fast. Nein, so wurde ich das jetzt eigentlich gar nicht. So, genau. So, im Multiplayer ist auch schon gut oben. Ach. Ganz vergessen, es war jetzt hier der Bogenschütze. So, ich würde gerade sagen, hä, sieht er mich jetzt nicht. So, und Loot, Mann. Schade. Gut. Aber dennoch waren wir vorher irgendwo bei so einer komischen Brücke. Zwei von diesen Zweihändern. Wo ich da was mir gesagt habe, wie, oh, oh, und sowas. Äh. Hm. Waren wohl welche, die nur einmal da sind oder nie wieder. Naja, auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt hier? 46.000. Ja. Okay. Und der Multiplayer wird natürlich immer mehr. Können natürlich mir jetzt schon einen Punkt holen. Nur, es ist bitte ein Punkt. Ah, jetzt echt nichts. Hm. 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 Hab ich da das war woanders hingelaufen? Da nicht, da nicht, nee. Nö. Hm. Gut, ich kenne da noch einmal zu dem, äh, Typi mit dem Schild. Aber, ne. Hm. Hm. Gut, es ist so, wir sind auch, ich glaube, der Multiplayer geht doch verloren, wenn ich sterbe. Hm. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, wenn ich den jetzt mal verlieren, wenn ich den jetzt mal den Verlierer. Hm. Boah, ich meine, das ist so zu wissen. So was die EP-Boost-Item gibt's ja nicht, ne? Aber was soll es, ich gehe dann eh in Union Plus, also Plus Plus in meine Fall. Nein, der letzte Schlag war doch so close. Also knapp. Ah. Hallo. Ja, wo du warst. So, Item? Nein. Hm. Hm. So. Also das ist eine geile Alternative, wenn da wenigstens, sag ich mal, mindestens immer zwei, drei Drecke ausspringen würde. Oder sei es auch nur einer, das reicht eigentlich auch das mal. Äh, jo. Der kann nämlich die ganzen Gegner hier besiegen. So, einen ganz hohen Schüssel? Nö, diesmal nicht. Okay. Ja, den nehme ich jetzt auch wieder mit hier. So. Hä? Äh, grad dachte. Mäh. War ja nur das Symbol auf dem Boden. Okay. Ist immer noch die Karte da, da ist auch keiner. Hm. Na ja. So. Ah, jetzt steht er diesmal hier. Nein. So, bam. Ja, auch kein Item. So. Lalalalalala, Tag. Gut. Äh, okay. Auf jeden Fall, wenn ich das ja nach wie vor hier so mache, dann habe ich definitiv nur den hier im Hals ohne diesen Duel-Wild da hinten. Oh. Oh. Au. Hey, hey, hey. So. Genau, die sind hier. Ich habe keine Ahnung, wie es heute auf einmal die Kamera zwitscht. Äh, schade. Wieder kein Drop. Okay. Okay, fast. Hat den noch getroffen? Der hat aber einen Drop. Schädelreißer. Okay. Okay. Gut, so dort ist auch ein bisschen lecker, aber geht. Schädelreißer. Oha. Hm. Ich komme sie jetzt hier hoch. Okay. 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 Hey, ruhig bleiben. So, und, Drop. Nope. Hätte ja auch klappen können. Warte mal, was sind denn hier nochmal für Gegner unten? Ach, hier war der? Oh, bin ich doof? Oh mein Gott. Ja, sorry Leute. Genau hier wollte ich eigentlich noch hin, weil jedes Mal noch zwei Duel wieder oder mehr. Und auch dementsprechend jede Menge Erfahrung mehr haben wir kurz mal irgendwo hin. So, viel Spaß. Auf. Hey. So. So, wunderbar. Oh, wie viel Halträger hat er es mir nochmal gegeben vorhin? Das war Rennen... ...vier, ne? Weil ich kann natürlich die Dinger auch nicht endlos bedienen, weil irgendwann hier sind ja die Splitter aus. Und die Splitter sind meine Tränke, also die Anzahl. Okay, auch kein Loot, ne? Nein. Gut. Dann jetzt aber Retour hier. Der hat den Verstand verloren. Ach, genau. Ich kann mal kurz nochmal die Erfahrung checken. Jetzt habe ich 68.000. Der dreicht jetzt sogar für fast zwei Punkte. So. Das doof ist, ich muss ja jetzt mal Ladebalken produzieren, damit ich hier... Wobei, ich könnte ja eigentlich auch da unten raus und rein. Weil hier ist halt so an sich, also ganz oben ist ja nur ein Duel-Wilder. Hm. Das wäre natürlich die andere Überlegung, weil der untere zu verlassen, Punkt, äh, ist natürlich weit aus näher. Und da habe ich halt ja den, äh, Tränkespeicherpunkt in dem Infiltrationsraum. Wo ich ja hier rein muss. Und dann links die zwei Duel wieder und unten noch einer. So ein Bogenschütze und zwei Asasinen. Alles geht natürlich schneller. Hm. Stimmt, so werde ich dann ab jetzt auch machen. Aber was mir ja alles machen muss, um Platin zu kriegen. Okay, ich hätte natürlich auch schon damals hier extremst darauf achten können, dass ich hier nie sterbe. Immer meine Dinger einsammeln, bla 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 bla. Da ich aber auch jedes Mal noch Autsch im Hinterkopf da hatte. Äh, wie komme ich jetzt am besten zu welcher Trophy am schnellsten, etc. bla bla. Hallo? Äh. Äh. Geht doch. So genau als habe ich null. Das ist natürlich optimal. Da kann ich gleich mal testen, was jetzt hier der eine Punkte geben würde, der jetzt gerade links von mir. So. Na komm schon. Na. Ah. Jetzt nur noch drei Stück. Okay, gerade eben ist wieder einer abgebröckelt. Ja. Also wird definitiv immer einer weniger. 甚. Auf. Au. Hallo. Hä? Ha? Ja. Ich geh doch. Ja. Ich soll grad ein bisschen leben, die Taktik hier von mir. aber egal so ob die nämlich jetzt auch noch mit die schon schön dp wenn ich schon gerade hier bin genau hier weiter keiner genau und zwar hier raus dann natürlich mache ich jetzt hier noch den einen Keyrun äh ok mal auf hier rum zum Fuchteln so ne ne da steht nicht mit dem Rücken zu mir gut von dem er passt dass ich ihn nicht mache ha ha hallo Schildbäsch bitte geht doch dass man jedes mal aus Rundfluchen muss hier so hm ok schade hallo hallo Mann passt so geht es natürlich auch genau hier ist ein Splitter Ding das ist natürlich auch nur die Frage ich denke mal mit der Zeit werde ich da immer nur noch einen oder sowas kriegen aber bis dahin sollte ich auch schon genug Erfahrungspunkte haben um sage ich jetzt mal so auf Rund about 40 Stärke zu kommen das wäre jetzt zumindest erstmal so mein Ziel oh guck mal ein Nut oh guck mal ein Nut Friedenstifter Friedenstifter genau das ist das Ding alias the Peacemaker so wo ist er jetzt hier Großschwert ja da sieht es auch hier schon Stärkeanforderung 34 ne Stärke Skalierung nur 1% ok und das ist die 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 2.0 ja so weil ich das zusammen aber genau das ist die Waffe dieser wehr droppt weil doch ein bisschen einfacher wie ich gedacht habe so geladen habe ich sogar gar nicht getötet wir haupte zu müssen einfach mal um ja schon wieder die Kamera switcht hm So. Na. Endlich. Gut. Und was sagt dir jetzt Nui Yohuch? Meine EP 88.000. Hm. Na. Haar. Okay. Schein wollte ich nicht zu gehen, mache ich das mal so. Genau nicht. Kommt der hier wenigstens? Uhuhu. Jetzt. Ach nö, da würde ich sie nicht wohl gerne an der Mauer hängen, oder? Gut, passt. Und der letzte one. Nein. Hey. Hey. Oh. Oh. Uh, ja. Elegant die Roller. Uh. Uh. Uh.